Dance for Bands ist ein Tanzbattle. Tanzbattle heißt, dass Leute gegeneinander tanzen. Es ist ein Wettkampf, wo man sich beim Tanzen duelliert. Bei uns geht es darum, dass jeder seine Hosen kriegt, die so ist, wie er es haben will. Um Individualität und Selbstausdruck und beim Tanzen geht es darum, dass man seine Persönlichkeit nach außen tragt und sie ausdruckt. Das hast du dir sehr schön überlegt. Wir haben heute in der Impulstanz Workshop-Area im Arsenal eine Audition gehabt, wie das in der Tänzersprache heißt, wo die Leute fortgetanzt haben und sich beworben haben für heute Abend. Die Jury war einsame Weltspitze. Ich habe das einmal gemacht und das war damals schon ganz schrecklich und es war wieder ganz schrecklich. Also es war so, dass die Mausi Lugner abgesagt hat. Scheiße. Und dann haben wir den... Violett war... Richard Lugner hat auch keine Zeit gehabt. Scheiße. Als nächstes war Uwe Scheuch auf unserer Liste. Was der Sieger von uns kriegt? Eine maßgeschneiderte Hose von den Gebrüdern Stich. Nein, Männer und Frauen tanzen nicht anders, glaube ich. Es ist, glaube ich, mehr eine Frage des erstens, wohin sie sich zugehörig fühlen und andererseits, wie sie halt selber drauf sind. Wenn ich jetzt alleine die Gewinnerinnen ausgewählt hätte, dann wären das nochmal drei andere dazugewiesen sozusagen. Aber die, die gewonnen hat, war wirklich großartig. Die Siegerin, jetzt wissen wir es, kommt morgen oder übermorgen zu uns in die Werkstatt. Wir suchen einen Stoff aus, eine Waschung aus, Garnfarbe aus, einen Schnitt aus und machen ein hübsches Höschen für den Tänzer allerwertesten. Es war schade, dass die Lugner nicht da sind. Das war schade, dass die Lugner nicht da sind. Das war schade, dass die Lugner nicht da sind. Das war schade, dass die Lugner nicht da sind.